herzlich willkommen zu eurer eigenen serie fragt doch mal willis 3d druckfreunde eure probleme gemeinsam lösen ja ich hoffe euch gefällt dieser titel ich habe den aus mehreren von euch vorgeschlagenen themen oder namen genommen habt die zusammen gemischt und ich hoffe dieser name gefällt euch ja wenn nicht schreibt mir das bitte in die kommentare kommen wir um was es hier geht das soll einfach mal ein einführungsvideo werden und zwar für alle für euch da draußen die ein problem mit dem 3d drucker haben oder einen 3d drucker kaufen wollen hier geht es darum und zwar nicht dass ich euch nur helfe sondern die user da draußen ja die helfen euch eure probleme zu lösen das ist ein versuch ein test wir werden sehen ob das funktioniert bis jetzt muss ich sagen kann ich mich auf die jungs da draußen danke nochmal wirklich verlassen das sind wirklich profis man kriegt eine menge tipps und warum soll euch da auch nicht geholfen werden deswegen haben wir in den letzten fragen über fragen von mir in der serie das vorgeschlagen und das wurde gut angenommen und es haben sich einige bereitgestellt hier mitzumachen also wenn ihr ein problem mit eurem 3d drucker habt oder eine allgemeine frage wie ihr das problem lösen könnt dann seid ihr hier richtig und hier könnt ihr sie stellen jetzt kommen wir zu dem ablauf da ist einiges zu klären und zwar haben wir ja schon ein paar sachen gemacht ein paar vorschläge gekriegt als erstes ihr schlagt immer bei dem letzten video in dieser serie euer problem vor ja und zwar wie macht ihr das erstmal in der beschreibung ja wenn es ein größeres problem ist mit dem drucker am besten immer ein video davon machen das heißt dass wir das problem sehen jetzt sind die videos meistens so groß dass man die nicht per e mail schicken kann und deswegen ist in der beschreibung meine e mail adresse schickt mir ein video an diese e mail adresse und meistens kann man das auch nicht solche großen videos anhängen dafür könnt ihr dann wie transfer benutzen auch dieser link ist in der beschreibung ja das heißt wenn ihr gibt meine e mail adresse rein zieht das video rein schreibt vielleicht noch ein paar kommentar dazu und dann kriege ich den link geschickt und kann mir dieses video downloaden dann wird es in dem nächsten video euer problem vorgestellt je nach prio ja das lege ich ja auch noch mal fest es gibt drei verschiedene prio arten und zwar klar wenn ihr ein problem habt und ihr kommt nicht weiter mit eurem drucker oder mit eurem projekt dann ist das für uns prio 1 das schreibt ihr mit dazu wenn es eine allgemeine frage ist wo ihr sagt ja das kann auch ein bisschen warten schreibt ihr prio 2 und wo ihr nur etwas wissen wollt um vielleicht eine entscheidung zu treffen dann wäre das prio 3 ich hoffe ich konnte das hier so ein bisschen klären wie gesagt das ist alles hier ein versuch bis jetzt hat es eigentlich auch ganz gut geklappt jedenfalls bei mir und warum soll es bei euch nicht klappen ja jetzt haben wir so drei vier sachen schon durchgesprochen jetzt kommen wir auch noch mal dazu wenn ihr in der beschreibung also besser gesagt in den kommentaren euer problem rein schreibt ja bitte keine links oder sonstiges rein schreiben weil das problem hatte ich jetzt letztens bei meinem video mir ist wirklich gut geholfen worden ich kann zwar die kommentare sehen aber wir können sie nicht aufrufen also wir werden nicht von youtube wenn ein link drin ist veröffentlicht also spart euch dieses www.htp.de sondern macht ein slash und dann den link also ohne den drum ihr wisst schon was ich meine ja dann kann man das auch in den kommentaren sehen oder wenn ihr selber das nicht in den kommentar box sieht dann seht ihr da hat youtube irgendwie den link erkannt dann schreibt er das nicht rein das wäre aber auch kein problem schickt mir eine e mail dann setze ich das in die beschreibung rein diesen link ja das funktioniert nämlich okay also ablauf ihr habt ein problem ihr wollt geholfen bekommen von den usern da draußen dann schreibt euer problem in die kommentar box rein dann wenn ihr ein video habt schickt mir das über wie transfer und den link dazu und wenn es geht die prio punkt dann nehmen wir das auf drehen das video für euch und stellen das in den nächsten video vor ja und somit wird es immer ein kreislauf und dass dieses video da könnt ihr wieder eure neuen probleme reinschreiben also wir gucken dass das auf alle fälle immer gelöst wird noch was wenn innerhalb eines tages also ich nehme an so 24 stunden keine nachricht von mir kommt also ich werde auf alle fälle versuchen immer zu antworten dann schreibt auch nochmal in die kommentar box rein hey willi ich habe dir einen link geschickt über deine e mail adresse hast du das bekommen ja damit auch nichts verloren geht und da sind wir auch schon beim nächsten thema natürlich jeder ich weiß dass wenn man ein problem hat möchte mir sofort geholfen bekommen also nehmt es nicht übel wenn es ein bisschen länger dauert oder ihr habt es dann in der zwischenzeit schon gelöst das soll nichts negatives sein nehmt uns das auch nicht böse wir versuchen so schnell wie möglich zu handeln und zu reagieren falls ihr es gelöst habt selber werden wir natürlich auch über die lösung froh wenn ihr die dann wieder auch reinschreibt ja haben ja auch schon paar jetzt gemacht gut ich hoffe das ist so der sinn wichtig ist dass ihr wisst hier könnt ihr eure fragen stellen und zwar jede ja es ist keine frage zu doof es gibt nur doofen antworten das wissen wir alle den spruch kennen wir also auch wenn ihr was wissen wollt hier zum beispiel wie ich ja warum euer druckbild so aussieht ja schickt uns das ja dann kriegt ja eine antwort ihr müsst natürlich auch immer wissen gerade im 3d druck bereich gibt es viele lösungen ja das ist nicht die erste ist die beste sondern oder das problem kann auch mehrere zusammenhänge haben ja also lest euch dann wirklich alle durch ich denke mir mal damit ihr euch geholfen oder wenn irgendwo warum hört er auf da zu drucken wird wahrscheinlich die nösen verstopft sein oder falsche temperatur keine ahnung filament pigmente drin verstopft es gibt wirklich viele lösungen und wir hoffen dass wir so viel wie möglich auch dir dann antworten werden oder ihr habt ein hardware problem ja hier mit stepp motoren treiber egal was schickt uns die frage oder einen video link dazu und wir werden das veröffentlichen so ich hoffe ihr wisst alle was ich meine dann würde ich mich noch freuen wenn hier die hartgesonden die mich jetzt schon verfolgen wir schreiben würden ob das so passt mit dem namen her falls ihr noch ideen oder anregungen habt schreibt mir das auch bitte unten in die kommentare rein in die kommentar box welche videos ich schon drehe gerade und wie probleme aufgenommen habe ist zum beispiel das filament wechsel beim viper bin ich gerade echt dran das auszuprobieren und habe schon viele sachen probiert und auch gescheitert also die standard sachen gibt es nicht auch beim viper nozzel verstopfung habe ich auch ein video für euch fertig gemacht also gerade der viper beschäftigt uns jetzt gerade also da gibt es viele probleme aber egal welchen drucker ihr habt denkt immer dran andere haben denn auch und die haben dieselben probleme wie ihr dann könnt ihr hier schnell eine frage stellen und vielleicht kriegt ja auch schnell und sauber eine lösung in diesem sinne ich hoffe ich habe jetzt nichts vergessen aber das soll hier so das vorstellungs video sein und natürlich könnt ihr jetzt schon kräftig eure probleme hier unten reinschreiben und ich glaube dass auch genug schon antworten werden und denkt daran die community die wächst es werden immer neue und noch mehr dazukommen und so soll jeden geholfen werden das heißt wir also die user da draußen helfen dir bei deinem problem und irgendwann vielleicht kannst du auch irgendeinen helfen das ist der sinn und zweck dieser serie ich bedanke mich für das reinschauen natürlich wer es noch nicht getan hat würde ich mich freuen über ein abo ein like und aktiviert die glocke somit verpasst ihr kein video mehr von mir wäre natürlich auch wichtig wenn ihr ein problem stellt wie immer wüsst da kommt jetzt ein video da gucke ich doch mal ob mein problem dabei ist was ich auch noch sagen will bevor ihr abschaltet das thumbnail mit diesen goldenen das wird praktisch das thumbnail sein für die videos die eure probleme darstellen also könnt ihr auch da praktisch das zuordnen und vorbeischauen also in diesem sinne vielen dank euer willi tschau bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal